2017er und den 2015er BM-Markt genau in den gleichen Bereichen zwischen den beiden Halvings, wo wir genau in den gleichen Bereichen, wo wir uns jetzt befinden, in diesen grünen Balken, zwischen den grünen Balken, wo wir da in Vergangenheit immer wieder den Boden gebildet haben und wir genau dort drin waren, als wir auch hier einen sehr starken Tiefpunkt gebildet haben. All diese Informationen, wenn ich die zusammennehme, wie kann ich dann nicht stark reingehen? Auch wenn ich erwarte, dass es auf 12.700 bis 14.700 geht, soll ich wirklich für diese drei weiteren Prozent riskieren, hier in diesen Tiefpunkt nicht einzukaufen? Das ist dann diese rationale Frage, die ich mir gestellt habe und ich dachte mir, nein, das wäre aus investmenttechnischer Sicht dumm. Darum bin ich mit 90 Prozent rein und habe gesagt, gut, ich vertraue trotzdem in diese Analyse und ich finde sie auch realistisch, darum halte ich mir wenigstens 10 Prozent zurück. Ist jetzt nicht gekommen. Bin ich traurig? Nein. Nein, ich bin auf keinen Fall traurig. Wäre ich glücklich darüber gewesen, dass mir nochmal fallen, dass ich die 10 Prozent restlich noch tiefer reininvestieren kann? Klar, wäre ich glücklich darüber. Es ist nicht passiert, aber ich bin eine Strategie gefahren, dass egal, ob welches von beiden kommen wird, dass ich glücklich sein werde. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es ist einfach strategisch eine richtige Entscheidung gewesen. Nicht auf Hoffnung basierend, nicht auf ach, was wenn, hätte, soll ich hier jetzt ein bisschen traden, verkaufen und meine Coinanzahl erhöhen jetzt? Nein. Das hat alles viel mit Hoffnung zu tun. Diesen Aspekt wollte ich halt wegschaffen. Ich habe es euch auch mit euch geteilt. Ich habe euch gesagt, wann ich wie viel rein investiert habe. Jeder, der dem eventuell gefolgt ist oder sich das ans Herz genommen hat, hat gesagt, hört sich schlau an, mache ich auch. Der wird jetzt schon gut im Plus sein. Ich glaube, mit AGI allein habe ich jetzt schon, wenn ich verkaufen würde, irgendwas mit, lass mich lügen, fast 20.000 Euro an Gewinn jetzt schon. Also überlegt euch das mal. Nur durch diesen kleinen Anstieg, den wir da gesehen haben. Wenn ich jetzt verkaufen würde, würde ich einfach 20.000 Euro Gewinner mitnehmen. Wie verrückt ist das? Wie verrückt ist das? Und das nur mit AGI, AGI-Ex. Na gut, der ist aber auch schon dick gestiegen. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu BitWavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.